Man darf auch mal lachen zwischendurch. Man darf auch mal über seine Krankheit lachen, auch mal über die Krankheit anderer. Aber man darf daraus keinen Zynismus bauen. Das ist nicht zynisch. Harald Schmidt ist zynisch, Stefan Raab ist zynisch. Das ist zynische Fernsehkultur. Zynismus ist staatsstabilisierend. Halleluja! Und ich mache heute einen Selbstversuch!